Diese Woche kann es beim Kommentare-Programmentieren überhaupt nur ein Thema geben und zwar die Wiesen. Nein, das Oktoberfest ist natürlich vorbei, aber was gerade erst angefangen hat, ist der Oktober-Patch oder der Herbst-Patch für Battlefield 4 und da haben mich natürlich viele gefragt, was ich denn davon halte und ich hangel mich jetzt einfach mal durch die Patch-Notes, durch die ihr übrigens auch in der Videobeschreibung findet. Die Spieländerungen fangen schon damit an, wie das Spiel anfängt. Hinzugefügt, Ready-Status am Beginn der Runde. Die minimale Anzahl der Spieler, die nötig ist, um die Runde zu starten, wird ausgehend vom kleineren Team berechnet. Bevor so eine Runde anfängt, müssen also die Spieler erstmal auf Ready klicken und erstmal, wenn das genug getan haben, dann geht die Runde wirklich auch erst los. Das bedeutet, wenn man wie ich eine SSD hat und unheimlich schnell auf dem Säuber ist, hilft einem das in Zukunft nicht mehr. Das ist natürlich schade für mich jetzt, aber es ist natürlich viel, viel fairer für alle, denn wenn ihr das letzte Personal Storm Let's Play angeschaut habt, das war ja wirklich so, dass ich dann ganz alleine da mit meinen Piloten direkt die ersten M-Coms angreifen konnte und das Gegenteam war eben noch gar nicht da, weil die noch im Ladebildschirm waren und das ist damit eben ausgehebelt. Ich finde es insbesondere clever, dass das kleinere Team entscheidet, wie viele Leute auf Ready klicken müssen, damit es wirklich losgeht, denn man stelle sich vor, in dem einen Team sind 12 und im anderen sind erst 3, 4 und wenn in dem 12er Team eben schon 5 auf Ready klicken, dann geht es schon los, aber das andere Team ist eben noch nicht da. Das heißt, das ist sehr geschickt so gemacht. Der nächste Punkt ist für viele, viele bestimmt ganz wichtig und zwar Bewegungen der Soldaten verbessert. Sie sind nun sehr dicht an Battlefield 3, aber mit den Animationen von Battlefield 4. Das meint einfach das Bewegungsgefühl des Spielers und das ist eben jetzt wohl wieder so wie in Battlefield 3, aber dieses Rüberspringen und so weiter, das sind eben die Animationen aus Battlefield 4. Ich muss sagen, für mich persönlich macht das kaum einen Unterschied. Da haben auch schon Leute in den Kommentaren geschrieben, wie besoffen bist du eigentlich, beziehungsweise wie verletzt, ich wollte fast krank sagen, aber ihr wisst ja, ein echter Mann ist nicht krank, sondern verletzt, wie man an mir jetzt gerade auch hört. Und ja, es mag daran liegen, dass ich seit 10 Jahren, glaube ich, jeden nennenswerten Multiplayer-Shooter gespielt habe und nach einer Weile, also es gibt so 2, 3 Spiele, da weiß ich, okay, die sind vom Spielgefühl und vom Bewegungsgefühl wirklich entscheidend anders. Das zum Beispiel Ghost Recon Advanced Warfighter war im Multiplayer-Modus so, dass ich dachte, hier komme ich ja mit der Geschwindigkeit, komme ich gar nicht klar. Ansonsten komme ich mit diesen Spielen allen relativ gut klar und ich merke da jetzt auch zwischen Battlefield 3 und Battlefield 4 nicht so den großen Unterschied, dass ich sagen würde, das ist viel geiler als das oder andersrum. Das heißt, das ist mir relativ wurscht, ich weiß aber, das ist für viele von euch, ist das jetzt hier die große Offenbarung, dass das jetzt eben so gepatcht wurde. Können wir dazu eure Meinung gerne in die Kommentare ballern und dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden, aber für mich ist das so, naja. Das nächste ist auch so ein Streitpunkt. Visueller Rückstoß. Alle Nahkampfvisiere, außer Kimme Korn, Irmpf und Flirr und alle Visiere für mittlere Reichweite sind nicht mehr von der Animation betroffen, aka Visual Recoil. Der entfernte visuelle Effekt war zufallsbasiert und hatte nichts mit dem wirklichen Rückstoß der Waffe zu tun. Der normale Rückstoß der Waffe wird davon nicht berührt. Das heißt, bislang war es bei Battlefield 4 so, wenn ihr im Zoom wart, mit eurer Waffe geschossen habt, dann hat eben die Waffe da so rumgewackelt und das Visier hat rumgewackelt und das hatte aber nichts damit zu tun, wie sich wirklich die Waffe bewegt, sondern das war letztlich nur irgendwie quasi eine Einblendung vor eurem Bild. Und jetzt ist es dann so, dass das eben entfernt wurde und wenn jetzt euer Visier sich bewegt, dann bedeutet das, das ist wirklich das Visier der Waffe. Das heißt, wenn die hoch schlägt, könnt ihr wirklich immer noch dahin schießen, wo das Ding hin zielt. Das ist also so, glaube ich, tendenziell eine sehr gute Entscheidung, aber auch da wiederum für mich praktisch kaum ein Unterschied. Der nächste Punkt ist da für mich gefühlt irgendwie wichtiger, und zwar Geschossgeschwindigkeiten generell erhöht. Ich habe nämlich bei einigen Waffen so das Gefühl, irgendwie die Kugeln, die da rausgehen, die sind mal einen zu groß, also dieser Effekt ist mir irgendwie zu groß, und zum anderen, ja, könnten die schon ein bisschen schneller sein, speziell bei den Scharfschützengewehren. Und bei den Scharfschützengewehren heißt es nochmal explizit, einige der Geschossgeschwindigkeiten wurden erhöht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie das da jetzt nochmal, wenn sie grundsätzlich alle erhöht wurden, dann jetzt bei den Scharfschützengewehren einzeln nochmal mehr. Ich weiß es nicht, ich werde es demnächst nochmal ausprobieren, aber ich habe ja auf der CTE, also in der Vorab, in der Testumgebung, habe ich schon gemerkt, da kann ich Snipern im Gegensatz zu Battlefield 4. Und jetzt, als ich mal wieder Sniper gespielt habe, habe ich auch gemerkt, also woran es auch liegen mag, ich treffe tatsächlich die Leute wieder. Und da hatte ich vorher auch immer das Gefühl, die Kugel ist viel zu langsam, jetzt geht's. Das mag aber auch wieder am Netcode liegen, denn der soll jetzt auch mit dem Patch nochmal überarbeitet worden sein. Denn auch da, ich bin oft genug auch schon wieder mal von Leuten erschossen worden, wo ich dachte, eigentlich hätte ich schon längst hinter der Deckung sein müssen. Aber ich war ja noch nie einer, der besonders viel über den Netcode geschimpft hat. Von daher auch das hier für mich, naja, eher so ein bisschen kosmetische Änderungen. Und damit kommen wir mal zu ein paar greifbaren Änderungen, nämlich zu den Änderungen an den Waffen. Eigentlich hat fast jede Waffe irgendwie nochmal einen kleinen Tweak bekommen. Grundsätzlich gilt aber, Abzugsverzögerung wurde von allen Revolvern entfernt. Halt ich für sehr, sehr richtig. Das hatte ich schon mal in einem anderen Video angesprochen. Es gibt für mich einfach überhaupt keinen Sinn, da so ein Delay einzubauen. Wer sich da nicht mehr dran erinnern kann, es war mal so, vor dem Patch, dass wenn man mit einem Revolver geschossen hat, sich der Schuss erst ein paar Millisekunden nach dem Klick gelöst hat. Damit wollte DICE also umsetzen, dass ja ein Revolver einen höheren Abzugswiderstand hat. Und deshalb würde das eben quasi ein bisschen länger dauern, bis dann der Schuss fällt. Ich habe immer gesagt, das ist Quatsch, denn für mich ist das Klicken nicht unbedingt der Moment, wo ich den Abzug ziehe, sondern eher der Moment, wo sich der Schuss löst. Das ist natürlich idealerweise irgendwie das Gleiche, aber ich würde da jetzt nicht reinrechnen, wie fest muss ich ihn ziehen, denn sonst hätte ich auch bei irgendwelchen Sniperflintenbüchsen, Entschuldigung, da auch so eine Abzugsverzögerung, das gibt einfach keinen Sinn. Und bei den Revolvern haben sie es jetzt zum Glück rausgemacht, das heißt, die verhalten sich genauso wie die anderen Pistolen auch. Für mich heißt das, die Unica, die ich vorher, wenn schon Revolver, dann immer benutzt habe, weil die wohl diesen Delay auch schon nicht mehr hatte, die ist jetzt nicht mehr besser als die anderen großkalibrigen Revolver. Heißt gleichzeitig auch die Desert Eagle ist jetzt nicht mehr das Nonplusultra, die haben sie nämlich auch ein bisschen runtergenervt. Das heißt, ich glaube, im Pistolenbereich haben wir da jetzt wieder ein bisschen mehr Balance hergestellt. Die Slams gehören ja zu meinen Lieblingsgadgets des Pioniers und die hat es auch erwischt, Schaden und Explosionsradius gesenkt. Drei Slams zerstören nun nicht mehr einen Kampfpanzer. Der ausgeschaltete Panzer benötigt eine Rakete, um zerstört zu werden. Also wahrscheinlich eine Rakete noch zusätzlich. Ich finde es ein bisschen schade, denn ich fand das immer super. Drei Slams irgendwo hin, wusstest du, killt alles. Aber spielerisch hat das natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht, denn damit waren die Minen, von denen du auch drei für den Kampfpanzer gebraucht hast, praktisch unnütz. Die Slams hatten ja genauso viele Bums und du konntest sie eben noch versteckt in irgendwelchen Türrahmen pappen. Das heißt, niemand hat mehr Minen benutzt. Jetzt sind die Minen wieder wichtiger und das finde ich gut. Jetzt mal so rein logisch. Also so eine Slam, die nur so klein ist, soll denselben Bums haben wie so eine Tellermine. Das fühlte sich einfach falsch an. Bei den Granaten hat sich auch was getan. Anzahl der tragbaren RGOs, das sind die Impact Granaten, und der V40 Minis um jeweils einen reduziert. Sprengradius der RGO und der V40 Mini reduziert, benötigte Nachladezeit der Granaten durch Munitionskisten erhöht. Grundsätzlich sind ab jetzt also weniger Granaten in der Luft und gerade auf Maps wie Metro oder Locker ist das sicherlich ein Gewinn. Auch wenn ich ein großer Freund der Impact bin, kann man sich über das Ding natürlich furchtbar aufregen, denn die killt wirklich unheimlich viel. Jetzt hast du halt pro Setup nur noch eine und die ist auch noch abgeschwächt und du kriegst relativ spät eine neue. Also wer mal Supporter spielt oder eine Munitionskiste gefunden hat und wartet, ja geil, endlich kriege ich eine neue Granate. Das dauert jetzt ziemlich lange. Finde ich okay. Nein, finde ich eigentlich gut, wenn ich ehrlich bin. Denn so eine Handgranate soll halt irgendwie auch was Besonderes sein. Eigentlich soll sie die Leute halt abschießen und nicht totwerfen. Für mich am allerwichtigsten sind aber die Änderungen, die der Medic erfahren hat. Und zwar Wiederbelebungstimer wurde hinzugefügt. Damit wird angezeigt, wie lange ein Mitspieler noch wiederbelebt werden kann. Ton, welcher angibt, ob ein Defibrillator zu 100% aufgeladen ist, wurde hinzugefügt. Finde ich alles sehr wichtig. Also erstmal, man musste ja vorher immer raten, wie viel Zeit habe ich noch, um den Kameraden wieder aufzupumpen. Das war bislang immer so auf gut Glück mal hinrennen und hoffen, ob es funktioniert. Und gerade wenn man da unter Feindfeuer ist, dann überlegt man sich zweimal, lohnt sich das noch? Renne ich da jetzt 10 Meter hin, nur um zu merken, ich bin zu spät dran? Jetzt kann ich es viel, viel besser einschätzen. Gleichzeitig weiß ich ganz genau, wie lange muss ich mir mit dem Defi einrubbeln, bis ich da 100 Gesundheitspunkte rauskriege. Das sagt mir jetzt ein Piepton und das ist auch sehr clever. Das ist eigentlich so eine Geschichte, wenn man neutral darüber nachdenkt, das hätte es von Anfang an eigentlich geben sollen. Ist fast schon schade, dass es sowas ein Jahr braucht, bis es umgesetzt wird. Aber gut, nun ist es da und ich bin heilfroh. Und auch bei dem Punkt muss man sich fragen, was dauert da ein Jahr, bis das gefixt wird? Es wurde ein Fehler behoben, durch das Wiederbeleben durch Medikisten und Munitionskisten blockiert wurde. Habt ihr vorher bestimmt alle schon mal gehabt und vielleicht auch gar nicht gewusst, woran lag das jetzt? Wiederbelebung funktioniert nicht, weil eine Munitionskiste oder Medipack auf der Spielfigur drauf liegt oder die irgendwie berührt. Dann musste man die regelmäßig erst wegschießen und wenn die weg war, dann konnte man die Leute wiederbeleben. Das haben sie jetzt endlich gefixt und das wurde auch Echtzeit. Was komischerweise nicht in den Patch Notes steht, für mich aber super wichtig ist, ist, dass man ab jetzt in den Optionen den Maßstab der Minimap einstellen kann. Das war für mich bislang immer das Erste, was ich gemacht habe. In jeder Runde einmal auf N gedrückt, um die Karte auf 50 Meter Maßstab runterzuholen. Und das kann ich jetzt wie gesagt in den Optionen fest einstellen, das bleibt auch da. Das ist super. Der Herbstpatch macht auch einiges an den Maps. Die bisherigen Verbesserungen beinhalten neue Layouts und Regeln an folgenden Maps. Um die nicht alle aufzuzählen, es sind die Vanilla Maps, also die, die im Hauptspiel mit dabei sind. Insbesondere im Rush-Modus sind die Maps alle ein bisschen abgeändert worden. Und genau da haben sie es auch am meisten gebraucht. Ich habe mich ja bislang immer sehr darüber aufgeregt, dass die M-Coms in diesem Modus einfach zu nah aneinander liegen und die Verteidiger beide gleichzeitig zu leicht abdecken können. Und das macht das ganze Spiel ziemlich frustig, je nach Map. Bei Flat Zone merkt man diese Veränderung am besten, würde ich sagen. Schaut euch mal mein letztes Let's Play an, wer es noch nicht getan hat. Da wurde also zum einen die Spielreihenfolge umgedreht, dann gibt es auch keine Fahrzeuge mehr und die M-Coms haben sie wirklich so gesetzt, dass das eine liegt irgendwo im zweiten Stock und das andere irgendwo im Keller, sodass du niemals beide gleichzeitig abdecken kannst. Und das ist wirklich genau so, wie es sein sollte. Das heißt, für mich macht der Rush-Modus jetzt nochmal deutlich mehr Spaß als vorher. Gut, das war ehrlich gesagt auch nicht so schwer, denn für mich war der Rush-Modus in Battlefield 4 so ein bisschen verkackt. Ich glaube, jetzt haben sie es einigermaßen hingekriegt. Jetzt habe auch ich hier wieder Spaß. Der Commander wurde aus allen Rush-Mode-Karten entfernt. Möchte man zuerst denken, was ist denn das für ein Quatsch? Der Commander war doch gerade irgendwie ein Vorteil, den Battlefield 4 gegenüber Battlefield 3 hatte. Warum nehmen sie den raus? Nüchtern betrachtet ist das aber eine sehr gute Idee, denn ich selbst habe auf dem Home-of-the-Bro-Server, auf dem gerade Rush läuft, den Commander ausgestellt. Denn wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, ist der für diesen Modus einfach zu mächtig. Denn die Karten sind ja dann relativ schmal und der Commander kann eben mit einer UAV-Drohne, die ja quasi in Endlos-Rotation fliegen kann, immer die ganze Map aufdecken. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, denn damit werden viele Gadgets, wie zum Beispiel der Bewegungsmelder des Recons, werden damit nutzlos. Und deshalb hatte ich den bei mir ohnehin abgestellt. Jetzt gibt es den in dem Modus gar nicht mehr, finde ich gut und richtig. Chainlink spiele ich zwar nie, aber trotzdem richtig. Im Modus Chainlink wurde die Rundenzeit auf 30 Minuten erhöht und die Ticketrate um 40% verlangsamt. Denn da waren ja die Runden immer wahnsinnig kurz. Das hat man gerade erst angefangen, da war es auch schon wieder vorbei. Und da finde ich das sehr clever, das jetzt hochzusetzen und überhaupt den Ticketbleed zu verlangsamen, dass man halt auch mal ein bisschen was von der Map hat und dass es irgendwie weitergeht. Denn sonst, unter 10 Minuten war da so eine Runde, das taugt natürlich nichts. Auch nicht meins, aber trotzdem auch richtig im Team Deathmatch. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegner im Team Deathmatch zu dicht beieinander gespawnt sind. Der Fehler betraf alle Karten. Betraf allerdings auch nicht nur alle Karten, sondern sogar schon Battlefield 3. Und offensichtlich hat man das in Battlefield 4 auch noch nicht richtig hingekriegt. Bis jetzt verstehe ich nicht, wie man das grundsätzlich so falsch machen kann. Denn das war in meinem Test zu Battlefield 3, war das direkt der erste Punkt. Im allerersten Test, noch vor dem ersten Patch hieß es, Spawnpunkte sind zu nah aneinander. Jetzt, zwei Jahre später, haben es geschafft. Gut. Lob. Der Herbstpatch bringt zwar keinen neuen Spielmodus, aber ein neues Preset. Das da heißt Classic. Oder halt Classic Mode. Der Classic Mode liegt von den Einstellungen irgendwo zwischen Normal und Hardcore. Und ist damit, ja, so wie der Name schon sagt, wie man eben früher Battlefield gespielt hat. Also Battlefield 2 oder vielleicht, ich glaube 1942, lief schon auch ähnlich. Ein paar Beispiele, wie der Classic Mode funktioniert. Zum einen heilen die Spieler nicht mehr automatisch. Das heißt, du brauchst wirklich einen Sunny, der dir dann da was hinwirft und dich wieder aufpäppelt. Ich glaube, das kann ganz schön frustrierend sein auf einem normalen Server, wo eben die Leute vielleicht nicht so auf Teamspiel bedacht sind. Ich glaube aber, für eingespielte Squads oder Teams, wie es eben das Suicide Buggy Squad 1 ist, ist das natürlich super. Denn wir spielen ohnehin immer dicht beieinander. Und dann kann man sich da wirklich durch Teamspiel ganz deutlich hervortun. Das gleiche gilt auch für Fahrzeuge. Die reparieren auch nicht mehr automatisch. Das ist halt so, wie es ja eigentlich sein soll. Das heißt, du brauchst dann wirklich auch einen Pionier dabei, der dich da wieder zusammenschraubt. Blöd ist es halt bei den Flugzeugen und Hubschraubern. Denn wenn die dann einmal disabled sind und du kriegst die nicht mehr richtig zusammen, ist es natürlich schwierig. Spotting funktioniert jetzt nur noch eingeschränkt. Du hast also nicht mehr die Dreiecke tatsächlich im HUD, in der Spielwelt, sondern nur noch auf der Minimap. Und die Minimap gibt es aber noch, anders als im Hardcore-Modus. Und das finde ich auch wieder, also ich bin eigentlich ein großer Freund des Spottings. Habe ja schon öfters was drüber gesagt, weil es irgendwie ein gutes Äquivalent dazu ist, dass man sagt, hier, guck mal, da hinten, da oben ist einer. Guck mal hin. Das kannst du halt im Spiel nicht machen. Aber ja, teilweise ist es eben auch affig, wenn du einfach so grob in die Heide klickst auf Kuh und dann werden plötzlich alle Gäner, die sich da schön versteckt haben, aufgedeckt. Also so finde ich es dann, finde ich es ganz okay. Also du kannst spotten, aber du musst da halt trotzdem die Mühe machen, unten noch auf die Karte zu schauen. Im Gegensatz zum Hardcore-Modus haben die Spieler 100% Gesundheit und eben nicht nur 60%. Und auch das finde ich wieder gut, denn es sagen zwar ganz viele Hardcore-Fans immer, ja, Hardcore ist ja das einzig Wahre, denn da musst du halt Skill haben, weil du halt sofort sterben kannst. Ich sehe es genau andersrum. Ich sehe ein Spiel, wo jede Waffe quasi gleich stark ist, weil sie immer mit ein, zwei Kugeln jeden sofort tötet. Dann ist zum einen das Balancing im Arsch. Davon abgesehen sind natürlich auch ganz viele Gadgets wie Bewegungsmelder und sowas nutzlos. Aber es kommt dann letztlich darauf an, wer hat denn zuerst geschossen. Und das hat für mich mit Skillen nicht viel zu tun. Das verstärkt zum einen Camping. Na gut, da halt auch ein bisschen Aiming. Aber ich finde die Herausforderung ist viel größer, jemanden, den ich klar erkannt habe, zwei, dreimal zu treffen, damit er wirklich tot umfällt, als halt einfach zuerst zu klicken. Sehe ich so. Und deshalb gefällt mir da Classic-Mode viel besser als Hardcore. Ich werde in den nächsten Let's Plays den Classic-Mode ein bisschen näher zeigen, gerade auch im Kongress-Modus. Im Moment möchte ich aber noch ein bisschen Rush ausprobieren, denn das ist eben das, was ich mir von dem Patcher am meisten erhofft habe, dass der wieder richtig funktioniert. Und das sieht wirklich bislang alles sehr gut aus. Also demnächst Let's Plays to Rush, dann aber auch wieder Conquest. Jetzt habe ich ja letzte Woche ganz viel darüber geredet, über die Zukunft von Battle Rose und wie gut ich das unter einen Hut kriege mit Job und Familie und so weiter. Und mein Fazit war ja, ich kriege es offensichtlich nicht so gut unter einen Hut, beziehungsweise der Hut ist zu klein. Aber ihr habt mich zuletzt ja auch bestätigt. Darin habt ihr gesagt, ja macht doch einfach halt, wie es dir passt. Aber ich habe das Video ja extra auch Schluss mit dem Geheul genannt, weil ich gesagt habe, ich habe euch jetzt wirklich schon so oft gesagt, wie es bei mir eben steht. Deshalb muss ich mich glaube ich da auch nicht jede Woche aufs Neue rechtfertigen. Und hatte eigentlich gedacht, das Thema ist jetzt für mich abgehakt. Jetzt hat sich aber auch was in der letzten Woche ergeben, dass ich dachte, ich spreche es doch nochmal an. Denn auch unter, trotzdem wieder unter dem letzten Video gab es Kommentare wie diesen. Bildschirm schrieb Battle Bros, der Tutorial-Kanal mit Fabian Sigismund. Das war der Titel des Trailers vor einem Jahr. Ich war lange Fan von dir, vor allem Gamestar und High Five, aber hier kommen nur noch Let's Plays von Battlefield. Ich weiß, dass solche Tutorials ein sehr großer Aufwand sind, aber die Dichte deiner Tutorials ist mehr als dürftig. Am Anfang so groß angekündigt, mittlerweile nur noch 0815 Let's Plays, die es zu Haufen auf YouTube gibt. Die Spezialvideos wie Tough Mudder sind zwar ganz interessant, können diesen Let's Play Quatsch aber nicht kompensieren. Tja, der Tutorial-Kanal mit Fabian Sigismund, das ist halt schon ein Jahr her. Und es ändern sich Dinge im Laufe eines Jahres. Eigentlich können die sich sogar sehr, sehr schnell ändern. Und das hat auch mein geschätzter Ex-Kollege Florian Haider von der Gamestar jetzt gemerkt. Denn er schreibt bei sich auf der Facebook-Seite, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, ab heute bis Sonntag gibt es das neue Let's Play zu Speedrunners mit Dimi, Benni, Johannes und mir. Die schlechte, jetzt kommt es. Nach diesem Let's Play werde ich den Kanal leider aus privaten Gründen auf Eis legen. Wenn es wieder weitergeht, kann ich leider überhaupt noch nicht sagen, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis, Flo. Ohne da in Details gehen zu wollen, aber das ist ja schon recht offensichtlich. Einen Job und Familie, Freizeit und so weiter und einen YouTube-Kanal unter einen Hut zu bringen, das ist schon ein schwieriges Ding. Und der Flo hat jetzt in sehr kurzer Zeit gemerkt, es ist so einfach nicht. Und musste dann zwangsläufig auch wieder sagen, ich höre jetzt auf. Und das habe ich ja letzte Woche auch schon oder in der letzten Folge schon gesagt. Also es ist wirklich eine konkrete Option für mich auch zu sagen, ich höre jetzt einfach auf. Denn es ist echt viel Arbeit. Dabei ist meine eigentliche Arbeit ja Studio 71. Da mache ich 50 Stunden die Woche. Und dann komme ich nach Hause und dann habe ich noch meine Familie und dann habe ich noch diesen zweiten Job. Das heißt, es geht einfach nicht anders. Deshalb, ich hatte letztes Mal schon gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr groß drüber diskutieren. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch, um diese falsche Erwartung ein Stück weit auch zurücknehmen zu können, ich habe das Stichwort Tutorial auch aus meiner Kanalbeschreibung rausgenommen. Denn ich weiß, das werden ab und zu mal Goodies sein. Es geht halt einfach nicht anders. Dass die Alternative wäre, aufzuhören, so wie der Flo das jetzt gemacht hat. Ich werde es trotzdem weiter versuchen. Bitte da aber um euer Verständnis, dass ich das eben nur in Maßen tun kann. So, das war es jetzt aber wirklich zum letzten Mal mit dem Geheule. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Let's Play Kanal. Und was wollte ich noch sagen? Achso, ich arbeite gerade am Supporter Tutorial.